Wo soll ich denn hinkommen? Der zum abfahren, dann töte den mal. Also unten, mein ich. Der ist hier unten, aber nicht. Doch hier unten, zum abfahren. Ich hab ein Timeout. Nein. Doch. Und wieder rein. Heyo und ja, damit herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Skyblock. So, mit dabei ist der Lasse. Hallo. Und ohne Jan Christoph in der letzten Folge, aber der muss ja nicht immer dabei sein. Auf jeden Fall kann ich schon nicht mehr sprinten, weil ich... Wenn ich Hunger habe. Und das verliert man so schnell einfach mal. Ach, das stimmt. Okay. Genau. In der letzten Folge hatten wir uns... Mit Df, hab ich nichts gegessen. Plötzlich mein Hunger wird... Mein Hunger hat sich gerade zurückgesetzt. Ich werde ständig zurückgesetzt. E... Tf. Zack, zack. Ich werde ständig zurückgesetzt. Das ist doch doof. Aber egal. Der Buggy. Und jetzt ist mein Hunger wieder auf Null. Was ist das denn für ein Scheiß? Nein. So. Das Essen machen wir mal. Spawn. Dann machen wir wieder IS. So. Ja, mein Hunger hat sich wieder zurückgesetzt. Läuft. Was machst du denn gerade? Planks. Dann nehmen wir Spruce Wood Planks. Machen daraus Slabs. 24. Muss mal gucken, ob das klappt. Oh, Skeletten. Wir müssen unbedingt ausleuchten. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Und dann bauen wir den mal ab hier. Den. Den. Vielleicht sieht das ja ganz schick aus. Ah, ah. Verdammt. Was blickt. So. Und dahin, dahin. Dahin, 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 so, 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 so. Ja, muss man ausprobieren. Okay. Und meine Spitzhage ist kaputt. Ich weiß nicht, wie ihr das da gebaut habt. Nein. Drei Blöcke hoch und dann darüber Slabs. Gott, war das knapp. War das meistens. Ja. Uh, ich bin gerade fast gestorben. Hast du Stein? Äh, Stein hab ich ja. Kannst mir mal drei geben? Äh, ja. Komm mal kurz zu dem... Hinter dir. Oh, jetzt läuft die einmal hier im Kreis mit. So. Drei? Drei. Ich bin im Spitzhackel. Und da Steinen? Okay. Einmal Slabs ringsrum, oder? Ja, genau. Nee, nee, nee. Ja, das kam jetzt. Und dann bin ich aber runtergefallen. So. Wo wie hier wieder... Ach, okay, hier ist offen. Okay, verstehe. Da ist einmal außen rum. Und hier... So, ne Spitzhackel hab ich jetzt auch. Und dann... Kann ich weiter bauen. Da hinten war noch was. So, hier. Zack. Klar noch. Vielleicht bietet das einen ganz schönen Kontrast zu dem anderen. Was? Was ich hier jetzt versuche zu bauen. Dann werde ich das auch nochmal. Machen wir hier mal so hin und machen den hier weg. Zack. Nein. So. So. Und... Das dahin. Okay. Was machst du nun grad? Ich baue die Umrandung ein bisschen anders. Mit anderem Holz. Vielleicht sieht das ja ganz... ...schick aus. Hm. Weiß ich noch nicht so richtig, aber es könnte was werden. Ne, wir werden gleich noch fertig. Hm. Muss man überlegen. Und... So. Und ja. Hm. Jetzt habe ich kein Spruceboot in, aber ich guck mal ganz kurz. Spruceboot. Gut. Hier nochmal was. Bam. Nochmal 30. Das ist doch gut. Packen. Das... Hier rein. Nee, nicht mal eine Spitzhacke. Das ist jetzt wieder Spitzhacke und sowas. Ich habe nur eine Spitzhacke. Gut. Okay, ich bin fertig. Guck mal, dass es so geht. Guck mal in der Mitte da ist. Ich habe die Lücke dazu gemacht. Geht das oder soll das wieder aufmachen? Nee, das soll offen sein. Also ist das ein bisschen zugeklatscht. Wenn es regnet, man soll ja nicht aus Zucker sein. Ja, aber es ist doch Zucker, aber es ist dann noch nass. Nein. Es ist ja aus Zucker und dann geht's ja kaputt. So. So, wie diese... Diese Steine släbt auf dem Boden ja eigentlich bleiben. Vor dem... Machen wir es mal ab. Befallen mir jetzt noch nicht so, weil... Doch, das sieht ganz gut aus mit dem Holster. Echt? Passt auf jeden Fall. Hier so am Rand rum? Ja. Also sieht... ...da nicht mehr so langweilig aus. Genau. Vorher war ja alles nur aus Stein und dann... ...ist das halt auch mal ein bisschen anders. Die Mopfarben ist so krass voll, ne? Und da ist ein Skelett mit Goldrüstung drin. Ja, die ich auch eben. Die ist so voll. Einfach mal alles drin. Oh, ein Bogen gedroppt. Nice. Eine Spinne. Auch eine Spinne. Ich vernehme siehs Hunden takt runter. Genau. Alter, wie viele Spinn spawnen denn da bitte? Das ist krank, wie viele da spawnen. Ja. Ich denke, wir werden in den nächsten Folgen noch mal eine Schicht drauflegen, dann spawnen dann noch mehr. Ja, also ich höre die ganzen Spinnen. Die sind zwei noch nicht unten, aber ich höre sie die ganze Zeit schon. Die kommen irgendwann noch. Einmal über das Feld gehen. Oh, einen Bogen habe ich auch noch. Den tue ich mal in die Kiste, ne? Ah, ne, vielleicht in die andere Kiste. Das, 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 das. Bogen, Pfeile kommen dann in die... ...Werte... Ja, okay. So was Kiste. Den Schaden ist irgendwie keine Rüstung droppen. Das wäre cool. Irgendwann machen die das, glaube ich. Aber nur ganz, ganz selten. Und gehen wir hier noch mal kurz rüber. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Den, weil zehn Slaps habe ich nur noch. Jetzt hier zu Hause. Genau. Und der letzte. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder Sprucewood anpflanzen. Hier ist die Spinne. Oh, du bist gerade oben. Ich bin jetzt in der Mop-Farm gerade drin. Ja, sie ist. Äh, bau da mal am Rand nicht ab, okay? Ich muss dann irgendwie wieder zurückkommen. Also diese Holzdinge am Rand nicht abbauen. Ich gehe da gleich wieder hoch. Das passt. Hm. Wo war das da rein? Das da. Sprucewood haben wir gar nicht mehr. Ist doch doof. Ist doch doof, ja. Und was sieht mir das hier aus? Näh. Komischerweise ist es, wenn man drin ist, spawnt irgendwie nichts mehr. Aber nur was, wenn man nicht drin ist. Bisschen dann zu gefährlich. Ähm, komm mal kurz den Mop-Farm bitte. Mach ich gleich. Ich guck mal ganz kurz in unsere Zeppling-Kiste. Das ist ja ein bisschen doof. Da ist ein komischer Mop unten drin. Ich weiß nicht, was das ist. Soll ich den töten? Ja. Weil sonst könnte dir der Schaden machen. Genau, weil ich vielleicht gleich runterspringen, deswegen nicht, dass er mich dann tötet. Dem, der schon einen Schaden hat. Wo soll ich denn hinkommen? Zum Abfarm. Dann töte den mal. Also unten, meine ich. Der ist hier unten, aber nicht. Oh, hier unten? Zum Abfarm. Ich hab ein Timeout. Nein. Doch. Und wieder rein. Oh, nee. Ja, das ist ein bisschen doof, ne? Logging in, dauert zu lange. Ja, ich bin noch drauf. Ja. Connecting. Connecting total. Bei mir passt alles. Ich kann noch bauen, ich kann noch... Ist das merkwürdig? Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Okay, ja, ich seh's auch. Bist du auch runter? Ich baue es ab und es droppt einfach nichts mehr. Ja, und da wir schon bei 10 Minuten sind, beenden wir die Folge mal ein bisschen früher. Ich krieg keine Verbindung. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, ich bin noch raus. Wir haben ein bisschen geschafft. Timeout. Und wir werden vielleicht noch mal ein bisschen die Farm umbauen, noch mal ein bisschen besser machen, und noch mehr, dass dann noch mehr spawnt. Aber das seht ihr alles in der nächsten Folge. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert uns oder lasst es bleiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Boah.